Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Sammon der schwarz beseelten Bewahrer, anzunehmen bei Loviel im heulenden Fjord an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Video hilft euch auch in VOTLK Classic. Wie ihr seht kann ich fliegen, aber ich halte mich in der Nähe des Bodens auf, so dass ihr meine Wege nachverfolgen könnt. Und ich bin schon im Quest Gebiet, das ist hier. Nun seht ihr hier diese Spuren, die muss man einfrieren, mit dem Quest Item was man mitbekommen hat. Ist auch im Event da zu finden, kann man auch in die Leisten ziehen und von da aus benutzen. Um diese Spuren einzufrieren, muss man sie töten. Ich töte sie mit einem Schlag, weil mein Charakter schon viel zu hoch ist für dieses Gebiet. Aber dadurch spare ich mir sehr viel Zeit, indem ich keine Mobs hätte, oder die Gegner mit einem Schlag töte, oder keine Mobs hätte. Und wie man sieht hat das Quest Item 15 Sekunden Cooldown. In der Zeit würde ich die Quest doch glatt beenden, ohne Cooldown. Ok. So. Gegner mal töten. Dann wieder eine Spure. Muss man die Spure anklicken? Ja, man muss sie anklicken. Sonst vereist man sie nicht. Und gleich werde ich die Hälfte haben. 4 von 8. Muss nun noch den Cooldown abwarten. Ich bin übrigens auch auf Facebook unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da poste ich diverse News zum Quests aufnehmen, zu Events auf Twitch, alles mögliche. Könnt ihr gerne vorbeischauen. So. 5 von 8. Warte mal, ob es auch geht. Was soll's. Vor wir anklicken ist das Wichtige. Und Quest Item benutzen. Ich muss sagen, trotz Cooldown geht es ziemlich flott. Noch 5 Sekunden CD. So. Und die letzte Spure. Best Item hat noch Cooldown. Ich kann ja diesen Mob töten. Nö. Hat nichts Tolles gedroppt. Wo wir anklicken. Und gleich Quest Item benutzen. Wunderbar. Bin jetzt noch kurz im Kampf. Komm schon. Jetzt geht's. Und dann zeige ich euch noch natürlich, wo man diese Quest abgibt. Halte mich in der Nähe des Budens auf. So. Quest ist abzugeben bei Luviel. Im heulenden Fjord. In dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet. und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch Kanal. Der Link ist übrigens auch in den Kommentaren fällt mein. Wäre cool, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Outro Outro Outro